Dieser Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist 5 Thürich, bietet Platz für 9 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP für Sufix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Tempomat, Start-Top-Automatik und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 4,8 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Bester Pro OP society unter 5 Vienna 302. Listen by Sie und die überlenorten Sie bei G آßen und streี�� werden können. 1ör interventions so berendat.